Startnummer 40, Jan Ammelingenmeier, Team Eisen macht schön, Niedersachsen. Startnummer 42, Jan Lino, Olympik Hamburg. Startnummer 43, Dwayne Cole, Bauhaus Jim Berlin. Startnummer 44, Jem Zipka, Bauhaus Jim Berlin. Startnummer 45, Ramon Bambi, XXXL, Geschwieder Berlin. Danke Michael, und bevor wir mit dem Finale starten, könnt ihr doch mal einen halben Schritt weiter von mir aus gesehen nach rechts gehen. Ja, wunderbar, wunderbar, lustig. Gut, dann starten wir das Finale mit der Front-Ansicht. Eine Vierteldrehung nach rechts zur Seitenansicht. Eine Vierteldrehung nach rechts zur Rückenansicht. Eine Vierteldrehung nach rechts zur Seitenansicht. Dankeschön, und auch hier tauschen wir einmal durch die Startnummer 39, 40 und 42. Einmal nach vorne, genau. 45 schließt da rein. Und die anderen jetzt nach links. Sehr schön. Und auch hier starten wir wieder in die Wertung mit der Front-Ansicht. Super, auf, nach, 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 nach. Eine Vierteldrehung nach rechts zur Seite. Super, und Bünderchen. Kommt auf. Gut, wir haben Seite. Eine Vierteldrehung nach rechts zur Rückenansicht. Und eine Vierteldrehung nach rechts zur Front-Ansicht. 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 Und eine Vierteldrehung nach rechts zur Front-Ansicht.